Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Server Games, heute fliehen wir auf Hive auf der Map Odesource. Ich muss mal aussprechen, ich glaube Odesource ist richtig. So, ich werde direkt zum Dia-Helm laufen, nicht erst zum... Weg! Mein Dia-Helm. Ich werde ihn aber nicht töten, weil er wollte vor allem mit mir teamen, deswegen lasse ich ihn mal. Eigentlich sollte ich schon mal Dia-Helm, so, du stirbst. So, ich habe direkt schon 2 Kills, dann lasse ich ihn einfach, ich habe keine aus dem zu targeten. 2 Kills, 1 Kills, 57 Punkte, lol, genauso viel block ich die Zeit. Ja, ich habe irgendwie nicht sehr gute Stats auf Hive, aber ich spiele auch nicht auf Hive, von daher muss ich auch keine gute Stats haben. Deswegen passt das soweit eigentlich alles. So, mal gucken, ich kill meine Route mal weiter. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so verdammt dumm. Scheiße, ich bring mich noch selber um. Du merkst vielleicht, dass ich nicht so gewöhnt bin, auf Hive zu spielen. Eigentlich fällt zu viel ist da auch nicht anders, halt vor allem die Maps. Beste Tier 2 habe ich gehört. Warum muss das so eine scheißne Tier 2 sein? So, gut, gehen wir weiter hoch hier. Ich hoffe, hier ist erstmal keiner. Da ich halt noch nicht so gute Rüstung habe, außer dem B-Helm eigentlich so gut ist gar nichts. So, kurz in den Tass abbequieren. Ach, hier gibt es hier keinen Kompass. Stimmt, das ist ein bisschen schade. So muss man immer dauernd so 5 spammen und gucken, ob irgend so jemand ist. Aber naja, wird schon klappen. Und wenn ihr mehr auf Hive ziehen wollt, dann lasst doch ein Like da oder schreibt es auf meine Kommentare. Full Premium Runden, welche würde ich bringen können, da ich selber ja kein Prämier bin. Gut, ich weiß nicht. Ich glaube, wir können es ein Level holen. Können wir hier noch ein bisschen durchbauen oder so? Ich weiß nicht irgendwie sowas. Nee, irgendwie nicht so. Weiß ich nicht genau. Aber jetzt bin ich mit dem Gegner. Ich konnte das überleben. Er ist tot. Ich muss da hingehen, weil ich den Brustpanzer brauche. Wenn das überhaupt nicht so meine Route ist. Gut, hier ist der Storben und wir haben so fast keinen Fallschirm bekommen. Nice, jetzt läuft es eigentlich voll von der Brust umher. Jetzt haben wir 7 Armobars. Also den zu töten hat sich richtig gelohnt. Der war uns halt nicht wirklich gut, weil der ist einfach nur so kurz weggelaufen und hat mich gar nicht angegriffen. Aber naja, was soll man machen? Wer war das überhaupt? Nee, gut. Nee, es war nicht so ein anderer Typ, der hatte vorher geschlossen, er teamen wollte. Und ich fände es ein bisschen doof, wenn ich ihn jetzt getötet hätte und er einfach nur weggelaufen, weil er ja dachte, dass wir ein bisschen Ruhe lassen müssen. Sorry, dass ich so behindert hätte und ich hatte gerade Bock drauf. Daher ist ein Gegner in der Höhle, in der ich schon drin war. Ist auf jeden Fall schlau. Ich glaube, das ist ein bisschen der Storben. Leisten hätten wir noch. Brauchen wir eigentlich alles gar nicht so. Jetzt behalte ich mal. Brauche ich nicht noch Essen. Bogen haben wir auch. So gut, dann läuft die Runde eigentlich. Ich glaube, jetzt nochmal hier lang, wenn da ist irgendwer so ein Hebel und dann... Ich meins müssen, dann kann man unten irgendwie Level holen, irgendwie sowas. Das war hier doch. Genau, hier ist ein Hebel. Und dann geht da unten dann so ein Ding auf. Ähm, ne... Das ist ein Loch in der Wand, wenn du so willst. Und dort kann man dann... Ich kann ja auch so ein Friedhof-Level kriegen, genau. Und dort kann man ein Level holen. Ich hoffe, hier war noch kein MT2. Mal gucken. Ne, war noch nicht, aber es braucht noch nichts davon. Vielleicht verkraften. Sonst läuft die Runde eigentlich. Wir haben einen kleinen kleinen Bogen mit vier Pfeilen und so. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt gehen wir zum Friedhof. Ich weiß nicht, ob ihr euch so gut auskennt mit Hive und so. Wenn man da halt was reinschmeißt, dann... geht da die Tür auf. Und da unten ist noch eine Tür zu und dann noch ein Eisen. Schon die M, eine richtig flotte Runde. Die Tür war jetzt nicht so wirklich krass, aber... Na ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, als... Haben wir noch ein paar Pfeile. Dann gucke ich mal jetzt noch schnell, euch zeige ich, wo das... Hier waren es halt noch niemand. Jetzt sind nicht mehr die Tier 1s looten oder so. Jetzt bin ich ganz anscheinend so in der Ecke gelandet, wo... Mal, vielleicht laufen hier viel mehr Leute hin. Na ja, liegt vielleicht daran, dass es halt noch ein Prägemiss. Das läuft sich vielleicht nicht so gut auskennen, so. Jetzt ist irgendwie da... Genau, da ist jetzt ein Loch in der Wand. Da kann ich jetzt noch eine Levelflasche holen. Schade, kein Level. Sonst hätten wir noch schön so einen... Den müssten wir kriegen. Wir hätten ihn besser und wir blocken ihn. Nice, den haben wir. So, boah. Hat er halt einen Angriff von uns gehabt. Das ist nice. Jetzt sieht es noch besser aus. Hat er noch irgendwas gehabt? Ne, nicht was ich wüsste. Besser am Brustbanzer, aber das ist egal. Gut, wir müssen gucken, dass am DM keiner hackt und die letzten beiden hoffentlich nicht teamen. Finde ich, dass ihr mich schon fast glaubt. Gucken wir mal jetzt. Auf jeden Fall, die Runde läuft bis jetzt. So, der ist so still, weil eigentlich war es halt ziemlich spannend. Es lebt nur noch einer, oder? Vielleicht nur noch zwei, ja. Wollen wir nicht jetzt machen. Ich weiß nicht. Fix. Das sind Araber. Was bin ich x1? Hä? Achso, ja, weg mal. Ich glaub, der will FNS planten. Ja, fuck ja. Hätte ich jetzt gerne die Eisenhose von dem Typen. Gut, die hätten wir. Gucken, was wir die Runde jetzt noch gewinnen. Deswegen geht's erstmal ein bisschen defensiver. Guck, dass ich in so ein paar Baushots reindrück. Oh Gott, mein Bauer geht mir so gar nicht ab. Gut, dann hacken wir ihn auch. Der müsste jetzt richtig low sein. Komm, der ist noch lockerbar'n Shot. Oh scheiße, ich hab unten vielleicht noch drei Pfeile. Ich muss mal schnell einen sammeln. Und ja, da haben wir noch... Ja, jetzt haben wir sechs Pfeile. Ja, der Typ muss One oder Two-Hit. Die haben wir richtig gegeben. Erst mit dem Bogen, dann noch zwei, drei Pferd. Zwei Pferd-Hits. Gucken wir, dass der jetzt nicht so viel wegrennt. Und der timet aus. Da wurden wohl die Wotte fast. Okay, für den das mein Spaß. Der hat noch nicht so viel Punkte gehabt. Ja, das war's mit einer Runde auf Five. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr an eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr noch mehr auf Five sehen wollt. Und dann würde ich sagen, wir uns beim nächsten Mal.